Ich bin's wieder, euer Benjamin. Heute spielen wir Style. Das Spiel heißt Style auf Deutsch und aus Englisch heißt es Steep. Und wir müssen da die Piste runter, wie ihr seht. Also will ich nicht so lange fackeln drum, also let's go. Ich hab das Spiel schon mal ausprobiert, halt Paragliden, den Anfang halt. Es war echt krank und es hat mir auch uhr gedacht. Also mir taugt's. Wenn ihr den zweiten Teil haben wollt, dann lasst ein Like da. Wow. Alles klar. Das ist mittlerweile auch mit der Steuerung echt geil. Ja. Einfach darunter sliden, das ist krank, Leute. Ich fühl's blöd, dass da keiner keinem Haar anzeigen gibt. Das wär geil. Mal wissen, wieviel keinem Haar der fährt. Das wär krank. Wir fahren jetzt einfach mal darunter, Leute. Also ich finde, ich spiele echt geil, Leute. Steuern geht. Na ja, ich spiele, ich spiele halt auf der PS4. Ich weiß nicht, wie es mit dem Computer ist, aber ja. Die Steuerung ist okay. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Und tun wir mal Skifahren. So, los geht's, Leute. Skifahren. Generell, ich hasse eigentlich Skifahren, Leute, aber beim Game geht das. Oh, oh. Leute, ich bin echt ein Noob. Ich fange mir nochmal verneuern. Was gibt's noch? Paraglaten. Mach mal Paraglaten. Okay, warte. Kann man nicht gehen. Okay. Okay. Baba. So, Leute. Das müsste gehen, Leute. Gehen wir mal da rauf, Leute. Paraglaten ist, würde ich sogar in echtem Leben ausklappen. Ich habe dir einen besseren Überblick über die Dropsloch dahin. Paraglaten würde ich in echtem Mal ausprobieren, das ist sicher krank. Ah, müssen wir jetzt doch noch nach hinten, oder was? Müssen wir jetzt doch da nach hinten? Leute, Leute. Hallo? Okay. Warte kurz, warte kurz. Also, ja, nein. Gut, Leute, wir müssen wieder da rauf. Warte kurz. Warte kurz. Also, Leute, ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, Leute. Und jetzt kommt jobs. Ja, ich würde sagen, was schon keeps an in de Kalk姐. Und jetzt bin ich noch nicht immer wieder da. Alles Kindant institetaan.